Moin Leute, was geht? Mein Name ist Chris Biel und nach ca. einem Monat gibt es mal wieder ein Video von mir. Das liegt einfach am Sommerloch auf YouTube und weil es auch kaum gute Spiele gibt, die man zur Zeit saugen kann, finde ich. Wenn da mal was war, habe ich das eigentlich gestreamt. Jetzt habe ich nochmal ein bisschen Fortnite gezockt, wegen dem Battle Pass und dabei sind die folgenden Highlights entstanden. Nochmal um das Ganze klarzustellen, falls ich mit YouTube aufhören sollte, wo es aber wahrscheinlich erstmal nicht kommt, werde ich auf jeden Fall das Ganze mit einem Video ankündigen. Und ich sage es immer wieder, sobald im Oktober die ganzen guten Spiele rauskommen, geht es auf jeden Fall richtig los. Und ich denke, FIFA wird auch ein bisschen gestreamt, kommt ihr im September. Und ja, auf jeden Fall dickes Dank an alle, die immer noch am Start sind. Wegen euch mache ich auf jeden Fall extrem gerne YouTube. Okay, soviel dazu. In diesem Sinne viel Spaß beim Video und let's go! Hier, Digga, für dich. Komm, ich gehe an. Ja, in diesem Sinne let's go! Da hinten sind noch Gegner, die wollen getötet werden. Komm, lass es gehen. Digga, hier ist auch noch eine Kiste, das geht hier ab. Ja, Digga. Ich habe mit mir gerechnet, Kapi. Achso, hier ist noch einer eingeboren. Komm, den müssen wir holen. Ja, der ist auf dem Dach drauf, auf dem Dach drauf, der kommt jetzt hier runter, da hinten. Oh mein Gott. Hab jetzt alle drei Gegner bei Pleasant Park erdicht. Nice! Wir haben halt nur ein gutes Sniper gehabt, ne? Guck, da hinten sind die, siehst du? Wo? Wo? Direkt vor uns, Digga. Ja, los. Alles klar, Digga, jetzt geht's hier wieder los mit ersten Bomben, Alter. Ja, warte, warte, ich habe mir gut getötet, ich habe mir gut getötet vor mir. Hab ihn down, hab ihn down, hab ihn down. Der Kumpel ist da hinten, ne? Ja, der ist auch fast, Digga, der ist so gut wie tot, Finn. Der ist echt sowas von down. Warte, ich habe Granaten, geh weg. Ich habe ihn gleich, ich habe ihn gleich. Obwohl, ich gehe aus, jetzt ist ja out of ammo. Oh, der hat Raketen. Der hat noch rauskült, Digga. Oh. Der ist hinten hinter dem Baum, da vorne. Ja, er ist entspannt. Da kommt noch irgendwer von der anderen Seite, ne? Wir haben ein Problem, Digga, wir kriegen jetzt hier langsam echt ein Problem. Hab ihn down, hab ihn down, hab ihn down. Digga, von irgendeiner anderen Seite kommen noch welche. Digga, Finn, lass den Blut da hinten. Und dann, der Blut ist auch noch in der Zone, ja, perfekt. Was ist hin, Leute? Da oben auf dem Berg ist einer drauf. Oh, ja, ich sehe es, ich sehe es, ich sehe es. Oh, getroffen. Null läuft weg. Null läuft weg. Hier ist auch noch eine, Digga, hier ist eine Scarf für dich. Gönn dir alles, was da liegt. Die bauen schon eher ab, ey, sie sind so tot jetzt, ne? Ah, okay, schade. Hast du auch irgendwie verbannt? Ja, da hinten gibt es gar nicht den ganzen, der Ding in der Hut. Ja. Okay. Die bauen sich da jetzt zu, guck dir an. Die sind verletzt. Ja, Digga, komm. Mach mir eine kleine Party draus, oder? Ja. Ja, einer ist tot. Alter, wir sind wegbombardiert. Ja, Digga, viel Loot für uns, würde ich sagen, oder? Alter, stark, stark, stark. Ich behalte den Granatwärter einfach, weil dann haben wir einmal einen Raketen und einmal einen Granatwärter. Alles, alles perfekt, alles gut. Okay, jetzt müssen wir, Digga, jetzt kommen wir ins Endgame langsam. Jetzt kommen wir langsam ins Endgame. Ey, hier habe ich noch kleine Tränke, kleine Stilltränke. Ich nehme die mal mit. Ich habe, ich habe, ich habe, ich habe auch welche hier noch. Ich habe noch einen Stilltränke. Ja, ich nehme die mal mit. Oh, Digga, Digga, Digga. Die da oben. Ach, Digga, was ist das hier? Ey, von hinten, von hinten. Oh, da kommen welche. Der ist von irgendwie Verbände. Ich glaube, die sind hier unten. Ich glaube, die sind hier unten. Ich wurde von irgendwo angehittet. Schau mal kurz. Ja, von hier. Hab ihn, hab ihn, hab ihn, hab ihn, hab ihn, hab ihn. Da ist noch einer safe. Der war durch alleine. Okay. Ja, die kommen noch von da hinten, Digga. Ja, Mann, wie die abfacken jetzt hier, ne? Ja. Hier liegt noch alles, was du brauchen könntest. Ja, ich sehe ihn. Die sind hier. Die sind hier. Die sind hier. Ja, Digga. Finn, bist du hier? Nee. Ja. Der hat sich fast doch beide geholt. Auf einmal fällt es an zu laggen, Alter. Ey, das gibt es nicht. Dritter. Okay, Leute. Falls euch das Video gefallen hat, lasst doch ein Like da. Und falls euch mein Content allgemein gefällt, lasst doch ein Abo da. Auf der Endcard könnt ihr euch jetzt noch weiter auf meinem Kanal umschauen. In diesem Sinne wieder mal. Bis zum nächsten Video. Haut rein. Ciao. Bis zum nächsten Mal.